So, willkommen zurück. Let's Play Live Show. So. Juhu. Boah. Voll in Dreher gemacht, warum aussteigen. Warum ist keine Nacht? Hilfe. Wow. Oh, oh, der war nicht gut. So. Mein Gott. Oh. Entschuldigung. Frohes neues Jahr, wollte ich nur wünschen. So. Komm her, komm her. Ah, ist schon geil gemacht mit dem Schnee und so. Das ist schon echt geil. Wird's jetzt gerade erst Tag? Das ist scheiße. Das schaffen wir wahrscheinlich bis 12 Uhr nicht, dass Nacht wird, oder? Könnte knapp werden. Prost. Ey, das gibt's doch gar nicht mitten im Schnee laufen hier mit Bikinis rum. Was ist das denn? Hey, Lady. What's going on? Hallo. Happy New Year. Hallo. Hallo. Wie die rumschreit. Hallo. Voll der Mafioso. Kann man eigentlich Achterbahn fahren? Geht das jetzt im Multiplayer? Früher ging das nicht. Geht das jetzt? Geil. Ja. Wir fahren Achterbahn jetzt. Egal. Ich will Achterbahn. Habe ich auch noch Geld dafür? Weiß ich gar nicht. Bin bestimmt voll pleite. Jetzt fahren wir eine Runde Achterbahn. Egal. Online. Egal. Egal. Wer ist denn da gerade? Ich weiß gar nicht, wer gerade in der Party ist. Wer ist denn da? Der Seeker. Der Seeker. Egal. Ist es nicht kalt genug. Ich muss mal eben kurz gucken. Warte mal eben. Kann ich jetzt? Ey, das geht immer noch nicht. Ey, das Playstation ist so überlastet. Ich komme nicht einmal in die Party rein. Das ist der Hammer. Ich komme in meine eigene Party nicht rein. So. Ich muss mal eben kurz gucken. Seeker, da ist er. So. Einladung senden. So. Einladung ist raus. So. Enter. Wir gehen jetzt Achterbahn fahren. Juhu. Ey, ey. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Hallo. Nicht drängeln. Hallo. Nicht drängeln. Ich will hinten sitzen. Ich will hinten sitzen. Ich will hinten sitzen. Was? Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich kann nicht mitfahren. Ich habe kein Geld. So, ich fahre einfach so mit. So, hallo. Moment. So, Moment. So, fahr los. Warum fährt das nicht? Achterbahn in vier Sekunden. Jetzt. Moment. So. Und los geht's. Äh. Geil, das geht. Juhu. Achterbahn fahren. Yeah, geil. Oh, oh. Au, 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 au. Ich liege. Äh, äh. Hallo? Hallo? Äh, 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 äh. Äh, ich bin im Zelt. Im Bierzelt. Da wollte ich schon immer mal hin. Das gibt's doch nicht. Ich habe nicht einmal zehn Mäuse, ey. Woher kriege ich denn Geld? Warte mal. Der hat doch bestimmt Geld bei sich, oder? Komm her, du Affe. Du hast bestimmt Geld bei dir, ne? Komm her, du Klon. Ja, ich hab, ey, ich hab 10 Mäuse für die Achterbahnfahrt. So, ich hab eben 10 Mäuse besorgt. Hoff, deinen Kaffee zu trinken. So, also nochmal von vorne. Bei mir geht alles. Ne, ich komm nicht einmal in die, in meine eigene Party. Ich kann keine Freunde gucken oder so. So, Moment. Guck mal, wie er aussteigt. Ja, hallo, mitfahren. So, wie geht das? Also, Moment. Da war grad hier. Ah, äh, hallo. Hallo, ich will mitfahren. Hallo? Ah, jetzt. Ja, ich darf mitfahren. Juhu. Achterbahn fahren. Hallo, ich bin hinten. Wieso kann ich keinen Mittelfinger zeigen? Das ist schwul. Es geht los. Ah, mal nach oben. Äh. Perspektive ändern. Wieso darf ich nicht in der Ego-Perspektive? Schreien? Ich soll schreien? Kino-Kamera. Äh. Juhu. Stößchen. Was? Yay. Ja, aber mir fährt er. Okay. Aber mir irgendwie, äh... Die Schreie funktionieren nicht. Hände hoch. Warte, Hände hoch. Moment, Hände hoch. Hände hoch. Äh. Juhu. Juhu. Yeah. Juppie. Yeah. Yeah. Ey, das ist voll langweilig. Lass uns was Neues machen. Nochmal Achterbahn fahren. Hände hoch. Äh. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht auf... Warum? Äh. Hallo? Das gammelt gerade voll rum. Ich kann nichts tun. Ich kann nur nochmals aussteigen. Nein, das Spiel hängt sich auf. Bitte nicht. Nein. Nicht jetzt. Hauptsache, er hält die Hände nach oben. Was ist denn das? Oh, komm. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Das Spiel hängt sich in der Achterbahn auf. Das ist jetzt... Das glaube ich jetzt nicht, ne? Oh, nein. Ich komme ja nochmals raus. Ich kann nur nochmals das Handy auspacken. Ja, schön, dass du da bist. Ey, Hände nach oben. Ey. Hey. Ich kann nichts tun. Hau mich einfach aus der Bahn raus. Er schießt uns mal, genau. Genau, die waren aufs neue Jahr. Boah, was war das denn? Er schießt mich. Los. Was? Äh. Das gibt's nicht. Ich... Nein, jetzt hängen wir hier... Jetzt gammeln wir hier rum. Okay. Du hast den Achterbahnbremser Murphy erledigt. Hallo. Oh, oh, oh. Hey. Das ist der Hammer. Obst du, er freut sich da hinten immer noch? Hey. Schmeiß mir einfach eine Haftbombe an die Brust. Yeah. Hey, 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 hey. Drück drauf. Hey, ich sterbe nicht. Oh, das ist doch affig. Scheiße. Scheiße, der muss noch neu starten. Hey, warte. Mach eine neue Lobby offen. Ganz schnell. Mann, so eine Kacke aber auch, ey. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hier, wo so schöne Achterbahnen gefahren sind, ist der Hammer. Oh, mein Gott, ey. Eine Viertelstunde noch, Leute. Na. Nein, online. So. Prost zusammen. Mein Gott, was wir diesen Abend schon alles erlebt haben, ey. Unglaublich. Bleigießen haben wir schon gemacht. Unglaublich. So, Freunde einladen. Moment. Option. Freunde. Hallo. Hallo, ich will... Freunde. So, Einladung senden. Einladung senden. Sehr schön. So, wo sind wir denn hier? Sind wir nochmal auf Santa Monica? Yeah, geil. Juhu. Wenn wir mal lieber auf den offiziellen Server gegangen waren. Ganz schön auch wieder. Im ZDF singt gerade Hasselhoff. Der Lory. Cupcake. Hi, erstmal willkommen zur letzten Live-Show. Silvester-Gala! Ja, kurz vor Silvester. Mein Gott, wir warten, dass die Nacht hier eigentlich einbricht. Aber ich glaube, das kann ein bisschen dauern. Mein Gott. Genau. Wir werden ein paar Silvester-Raketen hier abfeuern. Um 12 Uhr. Ich glaube zwar nicht, dass Rockstar Games hier irgendwas mit Silvester irgendwie was gemacht hat. Mit 12 Uhr. Schade eigentlich, dass wir keine Nacht haben. Das ist ein bisschen schade, weil man sieht die Raketen dann nicht. Sonne, geh unter! Mein Gott. I've been looking for freedom! Was? Und er trägt ein T-Shirt, wo er in jungen Jahren drauf ist. Das ist natürlich auch geil. Ah, damn, bitch! Minigun, bitch! Meine Güte. Hey, guck mal, ich hab ne Silvester-Rakete für dich. Wo? Hier! Oh. Entschuldigung. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Prost! Hört ihr die Musik im Hintergrund? Okay. Äh, 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 äh. So. Meine Güte, ey. I've been looking for freedom. Willst du mir deinen Tomahawk zeigen? Guck mal, ich zeig dir mal meine Spur- Guck mal, willst du mal was sehen? Ich bin momentan ein leidenschaftlicher Golfer. Ja, ich bin momentan ein leidenschaftlicher Golfer. Das wollte ich jedenmal gesagt haben. So. Entschuldigung. Hehehe. Er lässt kein Geld liegen. Fui. Ich nehm mir erst mal so'n Hotdog hier mit. He! Ach so. Hotdogs. Heiße Hotdogs. Heiße Hotdogs. Hier gibt's Hotdogs. Heiße. Oh. Lady. Lady. Du brauchst nochmal ne Einladung. Okay. Ah, Lady. Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Ich- Aua! Alter! Ich konn grad nicht. Ich hab grad- Alter, ich hab grad Brüste geguckt. Entschuldigung. So, Moment. Einladung. Freunde. So, ähm. Silence. Eingeladen hab ich dich. Aber ich schick nochmal eine. Einladung senden. Einladung vor. So, kommt. Ich bin auch unbewaffnet. Ich bin auch unbewaffnet. Ah, so. Öh. Ah, hier. Ich hätt gern, äh, n Hamburger. Mit Schnee bedeckt, bitte. Guck mal hier. Warte. Guck mal hier. So. Deine scheiß Pissbude beschmeißen wie ein Schneeball. So. Geh weg, das ist meine Bude. Geh weg. Das ist meine Bude. Hab ich dir gesagt. Was willst du von mir? Geh weg. Das ist meine Bude. Mann. Das ist meine Hotdog-Bude. Ich guck hier die Frauen. So. Ja, ich bin auch nur ein Kerl. Natürlich. Heiß Hotdogs. Heiß Hotdogs. Heiß Hotdogs. Heiß Hotdogs zu verkaufen. Heiß Hotdogs. Docks. Was? Docks Pelz? Was? Dock. What? Docks? Pretzels. Nuts. Cold Drunks. Cold Drinks. So. Kalte Getränke. Heiße Nüsse. Heiße Hotdogs. Kumpel, du machst mir mein Geschäft kaputt. So. Guck mal, der will, der Kumpel nebenan, der will sich mit mir anlegen. Der macht mir mein Geschäft kaputt. Guck mal, der ist sauer auf mich. Lalalalalalalala. Lalalala. Lalalala. Warte, 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 warte. Was ist vor mir? Geh weg. Das ist mein Geschäft. Geh weg. Du machst mir mein Geschäft kaputt. Oh. Hilfe. Geh weg. 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 Lalalalalala. Du willst kämpfen. Okay, Moment. Just a Moment. Moment. Guck mal, ich zeig dir mal. Wo ist er hin? Ach, der rennt weg. Bleib hier. Du sollst stehen bleiben. Ich zeig dir noch eben meine neue Sportart, die ich gerade angefangen habe. Bleib hier. Bleib hier. Warte. Warte. Moment. Bleib doch stehen. Hallo. Ich krieg den, die Opfer. Warum rennt er denn weg? Wo will er hin? Ich will ihm nur meine neue Sportart zeigen. Ich krieg die Opfer gar nicht weglaufen. Oh, Kleiner. Komm her. Du verkaufst nie wieder ein Brötchen. Mit Bulette dazwischen. Geh mir aus dem Weg. Du Honk. Ich krieg ihn nicht. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich will meine neue Sportart zeigen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib doch stehen. Du Hamburger Verkäufer. Bleib stehen. Ich will dir nur meine neue Sportart zeigen. Guck mal hier. Da ist meine neue Sportart. So. Hier. Meine neue Sportart. So sieht die aus. So. Also. Huch. Ja. Nehme mich mal mit. Ja. Ich habe einen Stern gehabt. Ich habe immer einen Stern. Prost. Okay. Ich muss mal raus. Oh. Boah. Alter. Aua. So. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Entschuldigung. Guck mal. Ich habe mich schon wieder mein Geschäft kaputt hier. Ja. Mit seinem Möchtegern. Äh. Two-Pack-Pullover. Was willst du von mir? Kauft. Was? Kauf dir meine vernünftige Hose. Was denn? Fühlst du belästigt oder was? Pass auf. Hinter dir. Guck mal. Du kriegst einen auf die Birne. Pass auf. Hinter dir. Boah. Was? Alter. Alter. Sieh bloß zu. Da hast du aus dem... Boah. Was? Alter Finne. So. Ladies and Gentlemen. 56. 57 haben wir. Zumindest bei mir im Stream. Also bei mir. Also ich weiß nicht wie wir es machen jetzt hier. Also ich packe jetzt gleich mal hier die Kanone aus. Meine Güte ey. Unglaublich. Oh. Oh. Was heißt Switch funktioniert nicht? Findest du mich nicht oder? Ja. Ja. Weil es wahrscheinlich überlastet ist. Es könnte mal ruhig Nacht werden. Ja. Ja. 58. Meine Güte. Ja. , also ich weiß nicht. Nein. Ich weiß nicht wie es ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, liebe Leute, äh, meine Güte, ah, Uhrzeit.org, äh, ich hab grad keine irgendwie, äh, Uhrzeit irgendwie, äh, doch, Moment, Quatsch, was erzähl ich Ihnen da? Genau. Ich hab ne Uhr, ja, 30 Sekunden noch, yeah, ich zieh schon mal. So, liebe Leute, liebe Freunde des Breitensports und der Gepflichtanzmusik, noch 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, Feuer frei, frohes Neues! Yeah! Frohes neues Jahr! An alle lieben Zuschauer! Da draußen, Happy New Year! Yeah! Frohes neues Jahr an alle, lieben Zuschauer der Let's Play Live Show und des Sweet Streams und der lieben Freunde. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund reingekommen. Ja? Mein Gott. Wahnsinn. So schnell vergeht ein Jahr. Hey! Frohes neues euch! Wahnsinn, mein Gott, was hatten wir für einen tollen Spaß miteinander! Yeah! Woohoo! Happy New Year every year! Happy New Year every year! Same proceed every year! Yeah! Ich hab keine Raketen mehr. Aber du machst das schon. So! Boah, geil, cool! Wahnsinn! Frohes neues wünsche ich euch allen! Ich hoffe, ihr feiert alle fleißig! Prost zusammen! Und ich würde sagen, ihr genießt jetzt erstmal das Feuerwerk und ich will jetzt auch erstmal Feuerwerk gucken und sag erstmal bis gleich! Ja, frohes neues an alle! Mein Gott, Wahnsinn! Boah, was ne Knallerei! Was ne... Super! Dann schieß mal los! Ja. Ja. Dann schreib ich die auch. Cool! Yay! Ah... Heeeey! Cool! Ja, da brennt jemand, ja! Cool! Yo! Bei uns auch! Ah, herrlich! Yeeeey! Hey! Frohes neues Jahr! Der Player 55! Frohes neues! Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen! Hey! Yeeeey! Wuuuh! Rakete hast aber noch! Jawohl! Immer raustrauen! Jawohl! Ah! 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 Ah, bei uns ist es noch ein bisschen dran, aber nicht viel! Ah! Okay! Hehehehe! Okay! Hehehehe! Ah! Ja, Wahnsinn! Unglaublich! Ja! So schnell geht's! So schnell! Unglaublich aber wahr! Ja! 23 Minuten! Ja! Aua! Ja! Oh! Oh! Entschuldigung! Oh! Entschuldigung! So! Ja! Und ähm... Ja! Was bleibt mal anderes zu sagen, als wie... Ja! Bleibt mir treu! Im neuen Jahr! Als wie... Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht! Seid alle gut reingekommen! Und ich hoffe, ihr seid noch alle da und guckt nicht noch die Knallerei! Hehehehe! Ähm... Dem muss ich noch einen mitgeben, mit seinen Bermuda-Shorts! So! Ähm... Ja! Let's Play Live-Show nächstes Jahr! Mein Gott! Und wir... Nächsten Freitag geht's ja schon los! Nächst Jahr ist ja schon die erste Folge im neuen Jahr! Nächsten Freitag, 20 Uhr Let's Play Live-Show! Mit GTA natürlich! Geht's weiter! Ah! Jetzt heißt es 2015! Mal gucken, was das Jahr für uns bringt! Was das Jahr für Let's Play Live-Show auch heißt! Ja! Wie... Wie das da aussehen wird! Wir werden uns dort wiedersehen! Und... Äh... Wie gesagt, jetzt Freitag ist ja schon soweit! Da sind wir ja schon im neuen Jahr! Und... Äh... Ich würd sagen, das war's erstmal mit der Silvester-Gala! Erstmal... Vielen, vielen Dank für die Leute, die da gewesen sind! Dankeschön, dass ihr... Ja... Mit mir den Weg bestreitet habt! Ja, ins Jahr reinzurutschen! Vielen, vielen Dank dafür! Und... Äh... Ich würde sagen, wir sehen uns Freitag wieder in der Let's Play Live-Show! Dankeschön fürs Zusehen! Und... Macht's gut! Tschüss! 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 Vielen Dank.